Fogo AGORA! So, ich würde mal ganz spannend ansehen. Ich hätte nie mit Let's Plane anfangen sollen. Let's Plane ist wie normal. So dass nicht jeder auswachen kann. Warum suche Einblicke? Wenn man sich so blamieren kann. Nein, egal. Da gab es viel Licht. Mal gucken, ob ich die Zwölf nur in Italien gesehen habe. Wie war das jetzt nochmal? Wie ging das nochmal weiter? WTF? Ich war zu leise? Test, Test. Hallo. So. Unschön. Oh. Niemals den Ton lauter drücken kann man auf den gerade. Ungünstig. Sehr ungünstig. Egal. Alles geplant. Das muss man echt aussehen. Oh. Oh. Yeah. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Egal. Ich kenn die... Ich kenn diese Stelle. Uh. Max. Knöpfchen drücken. Schaffst du? Okay. Ich kalkulier grad im Kopf hoch. Hier ist du dich sterben. Ja, sie waren. Ich hatte das Gefühl, ich bin ich 90 mal gestorben. Okay. Schaffen wir besser. Maybe a few years before that as well. Stopp. 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 Yay. Stopp. So. Glorreich abkacken. Komm ab. Ach, wie ich das hasse. Man kann's sich gar nicht ganz enthören. Ich brauch einen Drain. Ich habe gerade ein neues Konzept. Bei Max Payne spielen trinken. Genau wie ihr. Nice. Leider hab ich kein Ding. Ist ein Hachteil, wenn wir trinken. Quasi eine Etage tiefer liegen. Egal. Stopp. Und. Alles geschafft. Na, ist egal. Wird schon kaputt. Wird schon kaputt. Oh fuck. Im Remake bin ich noch schlechter als Songs. Egal. König wie das Blamien. Auf höchstem Niveau. Ich hab grad entschieden, wer Max Payne spielt. Zwangsalkoholiker, der versucht seine Vergangenheit hinter sich zu lassen. Er sollte nur den ganzen Lutz. Zudem, ich müsste Kannibale werden. Du bist, was du isst. Also brauche ich einen YouTuber. Einen guten. Die müsste man dann essen. Die wäre mal gut. Ihr braucht doch nur das Creepy. Ich sollte doch nichts trinken. Es gab mal einen YouTuber, der hat ein cooles Let's Drink. Wenn man mit er gestorben ist, jetzt mal trinken. Jetzt mal, wenn seine Zuschauer irgendwelche Fallen falsch beantworten haben, mussten sie trinken. Das wär was für mich. Oh, nicht! Hekt ab. Hekt ab! Wie warst du? Max freaking Payne. Seriously! ich wollte das nicht egal ich bin mal noch unterm schnitt okay fassen wir zusammen ich sollte hier in den ersten erwischt diesmal bin ich toll jubelt mir zu triumphiert egal ich habe eben ganz vergessen zu ein neues jahr zu wünschen ich fühle mich voll schlecht dabei ich hätte die folge damit anfangen können aber nein egal ich liebe diese szenerie das schwimme ist ich konzentriere mich so aufschießen dass ich nicht mehr reden kann shit happens es gibt weniger möglichkeiten sich zum affen zu machen aber wer guckt sich schon youtuber und die sich nicht zu machen wie dem auch sei ich habe noch fünf minuten wie weit werde ich kommen ich wollte es mir doch selbst beweisen ich will euch ich ich leise selbst in Die sind so toll. Okay, okay. Schon verstanden. Ich wollte ja nicht so laut sein. Stimmt ja, da war ja was. Ganz vergessen. Naja, komm vor. Ah, das sieht nicht gut aus. Das arme Mädchen. Fuck no. Wie gesagt, nicht under my watch. Nice Screenshot. Die ist ja schon weg. Max! Max! Okay, okay. Okay, okay. Don't worry, hang on. Boy, did I need to hang on. The whole operation was slipping out of our grip. I was an overconfident jump of going into the jungle alone. Shit, more confident. Okay, ich nehme es zurück. Die Folge ging dann noch ein bisschen weiter. Ha, gut, dass ich die Aufnahme noch nicht gestoppt habe. Ha, ha. Löffelverabschiedung. Okay, okay, okay. Ich habe mich vertan. Ich gebe es zu. Ich meine natürlich, das war Absicht. Ich mache keine Fehler. Ich mache was falsch. Ah, was ist das? Was schießt du damit? Das war nice. Das sind die beschissensten Geiselämer, die ich der Hele gesehen habe. Darf ich jetzt? Ich habe ihn. Erwischt. Erwischt. Ich gehe in die Leute aus. Fuck. Die dürften eigentlich keine Leute mehr haben. Fuck. What? Das ist genau die Art von Spiel, wie ich sie gerade brauche. Gut, zum Eheproblemenlisten entworfen. Und, 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 und. Glücklich. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und. Bang. Okay. Eigentlich müsste ich jetzt die ganze Zeit rumschreien und mich voll freuen und irgendwas machen. Aber wer nicht rumschreien darf, hat es ein bisschen schwieriger. Komm schon. Geh hoch. Geh hoch. Geh hoch. So will ich das. Hey, ich habe es. Ich habe es. Bitte. Du kannst es. Sehr cool. Hey, du siehst das? Shit, schau dir vor. Ach, Mensch. Ohne Scheiß. Wie viele Leute können einen so einen Drogenkartell eigentlich haben? Ich habe ihre Schwachstelle entdeckt. Wenn du ihnen in den Kopf schießt und sie zerstörst und sie tötest, sie ist tot. Ah ja. Wissenschaftler rätseln noch, warum das so ist. Aber wenn du sie tötest, macht sie nichts mehr. Diese Wissenschaftler. Mensch. Halt dich, hatte ich gesagt. Zwölf Minuten Folge. Wieder nicht geschafft. Egal. Geh jetzt schon. Ach, komm schon. Drinks. Äh, zurück. Lass mich geraten, wir schaffen es nicht. Hey, ich habe eine Idee. Halt auf. Nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, ja. Ah, shit. Da. Lustige Szenen kommen im Video. Ich muss den Shit wieder machen. Ich sehe nichts, verdammt. Danke. Hä, wo, wo? Da. Geschafft. Muss ich nachladen? Nein? Gut. Top. Erwischt. Ja, das denke ich mir auch. Erwischt. 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 Mit einem Hetscher. Man, they know all about it. It shows a different campaign. Okay. Die Folge wird... Länger als Sitter. Goldtricks länger. Shit. Wie viele poor kids want nice sneakers? It ain't hard to hire. Egal. Hey, we're on them again. Ach ja? See Fabian? Na, endlich. Okay, all right. I'll get us a little closer. Close in! Give me a second! Jetzt. Ja. Erwescht! Noch was übrig? Nein. Samuze. Scheiße, woher kenne ich das? Das wird ein Flug. Ja! Perfekt! Lass mich schießen und ich erwische alle. Awesome! Teil 1 abgeschlossene Errungenschaft. Fuck! Ich hab mich alle erwischt. Warum lacht der Typ nicht aus? Hab ich jetzt verloren oder gewonnen? Ich glaube, jetzt ist es aber wirklich zu Ende. Also ich wünsche euch ein schönes neues Jahr. Hopp, ihr seid gut reingerutscht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Max Freakin' Bay. Bis dahin. Euer Wolf. Wie ein Foller ich war zu werden, in dieser Verzweinheit. Ready? AIN! FIRE! Bis zum nächsten Mal.